Heute beschäftigen wir uns mit den Motoreinstellungen. Ich möchte, dass du rausfährst, die magere Einstellung wählst und dann drei Runden absolvierst. Du musst in jeder Runde die vorgegebene Zeit unterbieten. Dein Speed ist gut, mach so weiter. Dein Speed ist gut. Dein Speed ist gut, mach so weiter. 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 Okay, es sollte ein Kinderspiel sein, die nächste Qualifying Session zu erreichen. Versuche so früh wie möglich eine gute Zeit zu fahren, damit wir die Reifen schonen können. Oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Noch eine Minute, nur noch eine Minute. Platz 1, Pole Position, fantastisch, sehr gut gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020